Der Winter steht vor der Tür und was könnte besser sein als eine technologische Lösung, die uns die kalte Jahreszeit ein wenig wohliger macht? Lasst uns gemeinsam heute über ein smartes Heizthermostat sprechen und zwar den Inkbird IRC-RW1. Das ist jetzt ein langer Name, aber das ist ganz einfach ein smartes Heizkörperthermostat mit inkludierten Gateway. Hier sind hochpräzise Sensoren verbaut, die euch genaue Temperaturerkennung versprechen. Die Steuerung ist in einem Bereich von 0 bis 35 Grad möglich. Über das Wi-Fi-Gate könnt ihr bis zu fünf Steuerventile gleichzeitig verwenden, sodass ihr die Temperatur unabhängig davon steuern könnt und euer Komfortbedürfnis in jeder Situation für eure Familie oder für euch gerecht haltet. Nun lasst uns über den Lieferumfang sprechen. Kommen tut das Ganze in einen ziemlich unscheinbaren Paket. Also die Umverpackung seht ihr hier einmal und wenn ich sie mal öffne, hat man hier so ein bisschen Styropor, dass das Ganze schützt und darunter verbirgt sich schon direkt die Bedienungsanleitung. Die ist auch ziemlich klar und deutlich geschildert. Unten drunter haben wir dann einmal einen QR-Code, der euch dann auch noch mal weitere Informationen gibt. Hier die unterschiedlichen Ventile, die ihr nutzen könnt mit ihren Adaptern. Dann einmal ein USB auf USB-C Typ Kabel, weil das Gateway hat einen Akku verbaut und hier einmal das Heizthermostat selbst. Das liegt ganz gut in der Hand, so goldene Akzente, viel Plastik. Das würde ich mir ein bisschen besser wünschen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein ganz cooles Gerät. Hier oben auch noch mal dieser Goldring und hier einmal das Gateway selbst. Das Gateway, das ist auch sehr schick, lässt sich nur auf einem Tisch platzieren. Ich würde mir schon wünschen, dass man das auch irgendwie an der Wand montieren könnte. Aber auf einer Kommode oder einem Tisch macht das Ganze schon ziemlich guten Eindruck. Und ihr könnt das Gateway hier unterschiedlich bedienen. An der linken Seite hatte ihr gerade gesehen, dass es noch per USB-C geladen werden kann. Hier ist ein Akku verbaut. Auf dem Display seht ihr schön, dass das Ganze beleuchtet ist und ihr habt die Möglichkeit, nicht nur die Temperatur einzusehen, sondern auch die jeweiligen Thermostate, die hinterlegt sind. Das Set unterstützt drei Anschlusstypen. Unterschiedliche Aufsätze könnt ihr hier festschrauben, dass es auch an jeden eurer Heizkörper passt. Inkbird hat beim Design des Heizkörperthermostats auf Benutzerfreundlichkeit gesetzt. Der drehbare Korpus des Heizthermostats ist sehr praktisch und die klare LCD-Bildschirmanzeige ist überall sehr einfach abzulesen und zu bedienen. Das kompakte Gateway misst 110 Millimeter Länge, 80 Millimeter Tiefe und 48,7 Millimeter Breite, was ein unkompliziertes Platzieren in jeder kleineren Ecke auch ermöglicht. Mit diesem smarten Set können bis zu elf Zeitabschnitte eingestellt werden, was eine individuelle und präzise Temperaturregelung ermöglicht. Mit der flexiblen Programmierung für verschiedene Zeitabschnitte könnt ihr effizient euren Energiekonsum regulieren und so Ersparnisse auch gewährleisten. Mit Funktionen wie Alarm bei hoher oder zu niedriger Temperatur oder halt auch ein Hinweis, falls die Batterie mal schwach ist, ist der Inkbird ziemlich gut ausgestattet und ermöglicht euch ein sorgenfreies Erlebnis im Winter zu haben. Außerdem könnt ihr das Ganze auch mit einer Kindersicherung sichern, falls ihr eure Rabanken daran hindern möchtet, die Geräte umzuschalten. Einstellbar ist auch ein Urlaubsmodus, falls ihr mal im Winter überwintert. Jetzt kommen wir mal zu App. Die Bedienung der Inkbird App ist einfach und effizient. Mit der Unterstützung von WiFi 2.4 könnt ihr das Ganze ziemlich einfach einstellen und programmieren. Die App ermöglicht auch das Speichern und Exportieren historischer Daten. So habt ihr die Möglichkeit auch über vergangene Zeiten mal zu überblicken, wie euer Konsum war. Meine Meinung zum Inkbird, es ist eine praktische Lösung für den Winter. Obwohl die Materialanmutung etwas hochwertiger sein könnte, überzeugt die App und das Gerät an sich mit Übersichtlichkeit und smarten Heizfunktionen. Außerdem finde ich, dass die Kontrolleinheit etwas besser im Akkubetrieb sein könnte. Ich würde euch raten, das Ganze am Netzpeil zu lassen, weil wenn ihr es über ein paar Tage mal vergesst, ist die Kontrolleinheit schnell entladen. Und zum Abschluss hoffe ich, dass dir das Review gefallen hat. Ich habe dir heute einen Einblick über das Inkbird IRC-RW1 Heizkörper-Themostat-Set gegeben. Wenn du auf der Suche nach smarten Heizlösungen bist, dann findest du auf meinem Kanal weitere Videos zu diesem Thema, aber auch zu anderen interessanten technologischen Themen, die mich so interessieren. Einen Link natürlich in der Beschreibung. Das soll es von mir gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao!